Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Unshoutes 4. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Warte, ich mach mal ein bisschen lauter. Wir müssen in einen Lüftungsschacht. Leider wiederholen sie ein paar Sachen, aber es ist in Ordnung. Ich beschwere mich nicht. Genau dort bei diesem Bücherregal. Hier. Hier war das. Und ja Leute, ich genieße das Let's Play wirklich. Obwohl es war auch ab und zu stressig, wo ich vorproduzieren musste und so. Können wir? Ja, wir können. Das wiederholen sie jetzt zum Beispiel, glaube ich. Ja. Und da rollt. Sag mal her. Ich glaub, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verliessen euch. Wir können es ein bisschen schütteln, damit es besser wird. Das sind ja damals die Zeiten, wo man halt diese Karten schütteln musste. Weil zum Beispiel, wo Draken Junge war. Das ist, glaube ich, okay, ist genug. Das ist, glaube ich, ähm... War es, keine Ahnung, 1940 oder irgendwie sowas? Ich weiß es gerade nicht. Achso, ich muss auf... Wenn ich runterfalle, dann kann man, glaube ich, nicht sterben. Nee, nee, kann man nicht sterben. Wenn, dann kann ich mir was brechen. Aber was macht der Hund jetzt? Achso. Hä? Okay, das war ein bisschen laut. Hä? Aber ich dachte, ich muss dann auf dieses Ding... Auf dieses Ding, wo wir gerade waren, nur da runter. Weil dieser Dings da ist. Ah, nee. Ich muss höher. Ich bin so dumm, ne? Ja, geh hoch. So, Entschuldigung. Alter, die Musik, ne? Richtig spannende Musik gerade. Ist immerhin nicht kaputt gegangen. Jetzt an den Schwertern? Oh Gott, dass die nicht runterfallen, ne? Okay, jetzt hier an das Ding. Sorry, Leute, ich habe ein Kratzchen im Hals. Aber schon seit Tagen. So? Obwohl, naja, nicht seit Tagen, aber... Erst heute eigentlich, aber auch okay. So, mach's auf. Ey, Digga, da ist doch eine Kamera daneben, oder nicht? Vielleicht war es keine Kamera, aber... Okay, hier geht's nicht lang. Boah, ich wäre niemals in diesen Lüftungsschacht gegangen, ne? Das ist, finde ich, so heftig gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich häng hier irgendwie ein bisschen. Ah, da. Da geht's lang. So. Ach, du Scheiße, wenn da... Ja, okay. Mach's auf! Alter Schwede. Okay. Bin drin. Ich kann da gleich was durchsuchen. Und hier ist sie auch verriegelt. Hier ist was? Ist das schon der Schlüssel? Und hier ist sie auch verriegelt. Braucht man nicht. Also brauche ich immerhin nicht. Gott sei Dank kann man dazu sagen. Ah, da. Das ist auch ein Blatt, leider. Können wir das mit dem Blatt da entsperren? Ne, ne? Was ist das denn hier? Evelyn. Ihr könnt euch jetzt, wie gesagt, gerne durchlesen. Ich lese mir... Also, von dem Piraten lese ich mir das gerne durch, aber das interessiert mich jetzt im März dann nicht. Also, ihr könnt aber Stopp machen, wenn ihr euch das lesen wollt. Ich drücke die ganze Zeit Viereck. Warum denn auch eigentlich? Okay. Hier war also schon mal eine Familie in diesem Haus. Doch jetzt ist hier irgendwie keiner mehr da. Jawohl. Jawohl. Gehen wir wieder zur Tür. So. Keine Aufzeichnung. Tja, okay. Ist noch die andere verschlossene Tür. Kommt. Kann man mit einem Schlüssel alle Türen aufsperren? Scheinbar ja. Ja, bei uns ist es im März dann nicht so, aber okay. Wow. Da braucht sich nur zu hoffen. Wir sehen, was wir finden. Was ist hier? Was ist hier? Schön. Hast du da was? Das sind sie. Ja, warum haust du mir vom Kopp, Junge? Ich habe sie doch gefunden. Okay, das könnt ihr euch wie gesagt auch gerne durchlesen. Ich kann da halt immer stopp machen. Ich lese mir dann gerne in der Aufnahme durch. Ja, das habe ich doch gelesen. Achso, sei es um das. Und später sind sie halt auch da. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das ist einfach nicht mangst. Nehm die Hände hoch. Ach du Scheiße. Ich wusste, dass da noch jemand lebt. Ich wusste es. Und was jetzt? Jetzt. Warten wir. Auch die Polizei. Ja, okay. Jetzt wollen sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören ist. Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Ohne Spaß, ich würde auch die Polizei rufen, wenn jemand so in mein Haus einbricht. Musst du sie eben wenigstens gehen? Ich brachte ihn her, um ihm die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnung sind von unserer Mama. Wie ist das, Cassandra, morgens Jungs? Hi. Mein Gott. Der Herr hat euch was erschossen. Ja, könnten sie doch immer. Also, würden sie... Es tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber rauchen ist mir nicht so gesund. Leute, rauchen nicht, unter keinen Umständen. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen... ...wäre das die absolute Krönung gewesen. Siegadis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sorry, Leute. Ne, mir bohren die jetzt wieder. Handwerker. Eine italienische historische Figur. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch nie von ihrer Theorie wie Mr. Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Was will die Geschichte uns weismachen? Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften ist noch ein Abenteuer, dem ich dir wohl sagen muss. Ich muss wohl viel um dir wohl sagen. Verzeiht mir. Das ist die Rede einer alten Frau. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß. Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Scheiße. Ja, also. Sind wir aus dem Schneider, ja? Ich verhänge das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder Haus. Ja. Ja. Danke. Das Chaos tut mir leid. Alles in Ordnung? Alles okay? Scheiße. Mist. Und was ist das jetzt mit der Polizei? Jetzt müssen wir doch noch entkommen. Fuck. Sam? Sam? Jetzt die Polizei. Wir müssen noch was tun. Wir müssen dringend hier verschwenden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abfahren. Wenn die Kopf uns hier finden, dann... Ach, komm. Nathan! Wir müssen weg. Es wird immer schlimmer, ey. Das ist... Ach. Die arme Frau, ey. Digga, auch wir... Digga, jetzt kommt die Polizei ja auch noch. Scheiße. Und denkt, dass wir die umgebracht haben. Was? 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 So, Leute. So geht's im nächsten Teil, Leute. Bei Let's Play Unchart 4. Der Part ist schon zwei Minuten zu lang. Aber es ist egal, Leute. Bis dann. Ciao.